Hallo, mein Name ist Christiane Roback, ich bin 38 Jahre alt und arbeite seit 2013 für Computer Center. Gestartet bin ich im Vertriebsinnendienst und habe mich dann zur Projektmanagerin bei Computer Center in Ratingen weiterentwickelt. Besonders Spaß macht es mir, Projekte bei unseren Großkunden durchzuführen und die Verantwortung für unsere Projektteams zu übernehmen. Ebenfalls bin ich seit 2014 Ausbilderin für unsere kaufmännischen Azubis. Ich bin die erste Ansprechpartnerin von der Einstellung bis hin zur IHK Abschlussprüfung und freue mich dann, wenn sie bei Computer Center übernommen werden. Seit 2013 bilde ich in meiner Freizeit mein Pferd Nando aus. Wichtig dabei ist von Anfang an die Verantwortung zu übernehmen und in die Chefrolle einzusteigen, um dem Pferd Sicherheit zu geben. Dies ist für mich eine Win-Win-Situation. Mein Pferd ist mein Coach, mein Spiegel, mein Freizeitpartner und meine Work-Life-Balance. Auch habe ich seit einigen Monaten das Theaterspielen für mich entdeckt. Mich reizt es, neue Rollen zu erarbeiten, in neue Rollen hineinzuschlüpfen und diese im Theater dann zu spielen. Das Theaterspielen lässt mich nach einem stressigen Arbeitsalltag den Kopf ausschalten. Meine Ziele bei Computer Center? Ganz klar die Weiterentwicklung. Ich habe in meiner Arbeit bei Computer Center meine Stärken und Schwächen herausfinden können und ich weiß, wohin ich möchte. Ich möchte Verantwortung für Mitarbeiter übernehmen, Potenzial entdecken, Mitarbeiter weiterentwickeln und effizient für Computer Center einsetzen.